Hi zusammen! Wir haben bei Junior Uni Digital das Experiment. Heute ein bisschen Mathematik für euch. Aber keine Sorge, jetzt geht es hier nicht um Zahlen, ihr müsst keine Bruchrechnung können oder so. Wir wollen einfach ein bisschen mit euch basteln. Dafür braucht ihr nichts weiter als ein bisschen weißes Papier, eine Schere, ein bisschen Kleber und ein Stift. Und schon kann es losgehen. Wir wollen nämlich ein ganz besonderes mathematisches Objekt mit euch bauen, das sogenannte Möbius-Band. Das war übrigens das Vorbild für das Logo von der Junior Uni. Kommt euch also vielleicht ein bisschen bekannt vor. Ihr nehmt jetzt das Blatt Papier und schneidet davon erstmal einen Streifen ab. Ich sag mal so vier Zentimeter breit ungefähr, das kommt nicht so drauf an. Schneidet einfach so einen langen Längsstreifen ab. So, schon geschafft. Nicht ganz gerade, das kriegt ihr bestimmt besser hin. Jetzt machen wir auf die eine Seite ein bisschen Kleber. So, ruhig ordentlich, damit es gleich gut hält. Top. Und jetzt möchten wir das Band zusammenkleben, aber nicht einfach so in eine Ringform, sondern wir machen jetzt was ganz Bestimmtes. Wir drehen jetzt die eine Seite einmal um 180 Grad um. Okay? Und kleben das dann so hin. Ich zeige es noch einmal. Wir formen erstmal einen Ring und anstatt das einfach zusammen zu kleben, nehmen wir die eine Seite, drehen es einmal um, so, und kleben es jetzt aufeinander. Das müssen wir jetzt einmal ganz kurz trocknen lassen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist daran jetzt so besonders? Das kann ich euch sagen. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr hättet einen Ring gemacht. So, ein Ring, der hat ganz klar, der hat eine Innenseite, der hat eine Außenseite und der hat hier eine Kante an der Seite und an der anderen Seite hat er auch nochmal eine Kante. Ganz normal, das kennt ihr. Unser Möbius-Band, das was wir gerade gebastelt haben, ist jetzt aber was ganz Besonderes. Das hat nur eine Fläche und nur eine Kante. Wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt, könnt ihr es einmal ganz kurz austesten und dafür ist der Stift da. Ihr nehmt nämlich jetzt euren Stift, fangt mal an einer bestimmten Stelle an, da machen wir jetzt mal so ein Kreuzchen hin, das ist unser Startpunkt und fangen jetzt davon an, einfach einen Strich zu machen und den malen wir immer weiter. So, das ist manchmal nicht ganz einfach. Müsst ihr euch hier ein bisschen durchwurschteln. Wichtig ist, dass ihr euch immer merkt, wo ihr wart. Den ziehen wir nämlich jetzt durch, bis wir wieder an den Anfang kommen. Und da haben wir es geschafft und wir merken, dass wir erst wieder an den Anfang kommen, beim Ausgangspunkt und dass wir aber damit das komplette Möbius-Band abgedeckt haben. Wir haben da jetzt einfach keine Seite mehr, auf der wir noch nicht waren, weil das Möbius-Band eben tatsächlich nur diese eine einzige Fläche hat. Also wirklich ganz besonders. Und mit diesem schicken Möbius-Band können wir jetzt noch ein paar tolle Tricks machen und die wollen wir euch jetzt als nächstes zeigen. Ihr könnt zum Beispiel dieses Möbius-Band einmal aufschneiden, nämlich genau entlang der Linie, die wir gerade gemacht haben. Müsst ihr erst mal den Start vorsichtig machen und jetzt fangen wir da mal an zu schneiden und gucken mal, was dann dabei rauskommt. So, und da haben wir jetzt tatsächlich ein doppelt ineinander verschränktes Möbius-Band. Also immer noch dieselbe Grundidee, ihr habt immer nur noch eine Kante, eine Fläche, nur noch ein bisschen verschachtelter als vorher. So ein Möbius-Band nennt man als Mathematiker übrigens nicht orientierbar, weil man einfach nicht klar sagen kann, wo ist innen und wo ist außen. Wirklich ein ganz besonderes Objekt. Und wir wollen jetzt daraus sogar noch was schönes anderes basteln. Und dafür basteln wir jetzt nochmal uns zwei Möbius-Bänder. Ich nehme jetzt mal die fertigen Streifen, die ich eben schon abgeschnitten hatte. Und was jetzt ganz wichtig ist, die beiden Bänder dürfen nicht genau gleich sein, sondern wir drehen jetzt bei dem einen Band in die andere Richtung. So rum. Lassen das gut kleben. Und jetzt müssen wir gut aufpassen, dass wir bei dem anderen Band jetzt das genau andersrum machen. Jetzt muss ich mal gucken, ist das so rum jetzt richtig? Ich glaube schon. Müsst ihr euch wirklich gut merken. Ne, so rum ist genau nicht richtig, sehe ich gerade. Machen wir es andersrum. Dass ihr jetzt wirklich um 180 Grad Spiegelverkehr dreht sozusagen. Also genau in die andere Richtung. So. Jetzt haben wir zwei Möbius-Bänder, die hoffentlich nicht ganz genau gleich sind. Und die wollen wir jetzt aneinander kleben. Und zwar klebt ihr die jetzt bitte einmal so einander, dass der in die Richtung geht und der hier an der Schnittstelle genau in die andere Richtung geht. Also einmal um 90 Grad gedreht. Seht ihr das? Genau in die andere Richtung. Musst ihr zeigen an der Klebestelle. Und das machen wir jetzt. Dafür kleben wir das einmal ordentlich fest. So. Schön viel Kleber drauf. Und jetzt kleben wir das in 90 Grad versetzt hier auf. Guckt, dass es wirklich möglichst genau rechtwinklig ist. Also genau in die andere Richtung zeigt. Okay. Und das lassen wir jetzt mal kurz gut durchtrocknen, bevor wir es aufschneiden. So. Fertig getrocknet. Jetzt können wir ans Werk gehen. Wir wollen jetzt, genau wie wir das eben gemacht haben mit dem Möbius-Band. Beide aneinandergeklebten Möbius-Bänder einmal längs durchschneiden. Und da fangen wir einmal an irgendeiner beliebigen Stelle an, machen einen kleinen Schnitt rein und jetzt immer schön hier längs durchschneiden. Und dann bin ich gleich gespannt, was da rauskommt. So. Das eine haben wir schon mal. Jetzt aber noch das andere natürlich. Das wollen wir ja nicht vergessen. So. Und jetzt große Überraschung. Wir haben zwei wunderschöne Herzen rausbekommen. Ihr seht schon, Mathe geht auch ohne Zahlen. Probiert selbst aus. Vielleicht findet ihr noch andere Tricks, die man mit dem tollen Möbius-Band machen kann. Lasst euch überraschen. Viel Spaß dabei. Bis bald.